Mami! Oh! Wie war Nebraska? Es war... Wie immer. Mr. Brackett, sagen Sie uns, was an dem Abend im Hotel passiert ist. Wir hatten einen Hochzeitstag und wollten uns amüsieren. Ich bin nicht ich und du bist nicht du. Es treffen sich zwei Fremde in der Bar. Mami, bringst du mir was zu trinken? Morgen Abend. Ich bin Jack. Alice. Machen Sie öfter Rollenspiele mit Ihrer Frau? Um was geht's hier eigentlich, bitte? Kennen Sie diesen Mann? Nein. Jack, Bob, Bob, Jack. Sehr erfreut. Wir haben uns nun kurz unterhalten. Auf die unglücklichen Opfer Ihrer Künste. Dann ist er gegangen. Da ist sie ja. Hey, wo bist du? Ich bis gleich, Schatz. Sie heißt in Wirklichkeit Anna Peller. Weltweit gesucht wegen zahlreicher Auftragsmorde. Entschuldigung. Was? Die haben mir gesagt, wer du bist. Meine Frau ist ein Killer? Das ist echt hart. Du bringst Leute um? Ich steig aus. Ich wollte dich nie belügen. Ich wünsch mir ein normales Leben, aber ich muss meine Familie beschützen. Du bist meine Frau. Ich komme und helfe dir. Das machst du nicht. Du kommst auf keinen Fall hierher. Ich liebe dich. Ich liebe unsere Familie. Wir kriegen das hin. Ihre Frau stellt ein Risiko dar. Mami! Denn sie gefährdet ihre Familie. Ah, sie bringen mich um. Ich verlasse die Branche. Ich werde die Hölle auf sie loslassen. Hör zu. Deine Frau muss jetzt zur Arbeit, ja? Okay. Schatz, du musst aufhören. Das ist kein akzeptabel Beruf. Hast recht, hast recht. Ich mach's auch nicht mehr. Ich schwör's. Geist. Ich schrede dich. Du bist einig. Du bist einig. Ich schrede dich. Ich schrede dich, wie ich sie dir was. Ich schrede dich. Du musst aufhören.